In diesem kurzen Video möchten wir zeigen, wie einfach die Arbeit mit einer Cloud sein kann. Dabei ist das Ziel, die Datenhoheit über seine digitalen Werte zu behalten und diese nicht in anderen Ländern gespeichert zu haben. Es wird sich zeigen, dass die Cloud-Nutzung so einfach wie das Arbeiten mit einem USB-Stick ist. Wir danken Hans-Jörg Bürgi von Sky News CH, dem führenden Fachmagazin ÖAviatik in der Schweiz, dass wir die Cloud-Nutzung am Beispiel des Redaktionsworkflows zeigen dürfen. Teams arbeiten normalerweise in den Firmenräumlichkeiten auf den eigenen Firmenzörbern. Homeworking ist das aktuelle Thema. Dies setzt voraus, dass zu Hause entsprechende technische Installationen vorhanden sind, um eine Cloud zu nutzen. Dazu gehört ein Computer mit einem leistungsfähigen Internetanschluss. Beachten Sie, dass praxistaugliche Internetanbindungen eine minimale Geschwindigkeit von 120 Megabit pro Sekunde aufweisen. Dies im Upload und Download. Ihr Profiler kann Sie beraten. Diese drei Cloud-Themen interessieren uns, erstens, Arbeiten mit der Cloud, zweitens, Datensicherung, drittens, Datenrestore im Browser. Arbeiten in der Cloud. Die Daten-Cloud ist ein Datenspeicher im Internet. Die Benutzer können von jedem Standort, aus dem Homeoffice oder aus dem Geschäft, die Daten über das Internet nutzen. Die Cloud-Datensicherung. Datensicherheit ist natürlich auch ein Thema. Periodisch wird die Daten-Cloud in die Backup-Cloud gespeichert stündlich, täglich, individuell nach Kundenwunsch. Daten-Restore im Browser. Jedes Teammitglied hat im Standard-Web-Browser Zugriff auf die Backup-Cloud. Dabei kann auf die letzte aktuelle Datenversion zurückgegriffen werden oder eine beliebige Word-Version der letzten Tage oder Wochen. Dieses Video zeigt die Nutzung der Sky News Cloud. Als erstes verbindet man sich mit der Cloud. Sie erscheint als Sky News Cloud auf dem Desktop des Computers. Die Nutzung ist wie bei einem USB-Stick. Ein Doppelklick auf das Cloud-Icon öffnet das Cloud-Volumen. Die Ordner können wie gewohnt geöffnet werden, Dateien können direkt im Cloud-Volumen geöffnet und geändert werden. Um eine Datei auf den Schreibtisch zu kopieren zieht man den Ordner einfach auf den Schreibtisch, alles wie gewohnt. Auch das Zurückkopieren und Löschen des Daten ist wie man es sich gewöhnt ist. Zum Auswerfen des Cloud-Volumes ist dieses einfach über den entsprechenden Menüpunkt auszuwerfen oder in den Papierkorb zu legen. Wie erwähnt werden die Cloud-Daten periodisch in eine Backup-Cloud gesichert. Dies geschieht inklusive Versionierung der Dateivarianten um auch eine Zwischenversion von vor drei Tagen der Datei zurückholen zu können. Der Daten-Restore ist denkbar einfach. Über ein Web-Browser-Login hat man Zugriff auf alle gesicherten Daten, auch mit Dateivorschau bei Bildern. Die gesuchte Datei wird einfach selektiert und der Download kann beginnen. Diese einfachen Abläufe machen auch das Handling mit den Backup-Daten zum Kinderspiel. Diese auf Heimarbeiter- und KMU ausgerichtete Cloud-Lösung kostet ab 20 Franken pro Monat und Benutzer, bei fünf Systemen. Dazu kommen die einmaligen Kosten von 625 Franken. Diese Kalkulation basiert auf einer Teamgröße von fünf Computern. Als Zusammenfassung halten wir folgende Punkte fest. Eine sichere und einfach zu nutzende Cloud-Lösung gibt es. Die Preise sind erschwinglich. Die Schulungskosten sind vernachlässigbar, da die Cloud wie ein USB-Stick funktioniert. Die Datensicherheit ist gewährleistet. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. In drei bis fünf Minuten können nicht alle Spezialitäten oder Anwendungen angesprochen werden. Daher wird die Video-Eye fortgesetzt. Sollten Sie jedoch eine spezifische Frage oder Anregung an uns haben, so nutzen Sie die Möglichkeit direkt mit uns Kontakt aufzunehmen. Dein 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 Bis zum nächsten Mal.